Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Im Evangelium des Johannes beschreibt Jesus Christus die vornehmlichsten Charakteristika des größten Feindes der Menschheit. Und Christus sagt uns auch, dass die Menschen, weil sie ja in dieser Gesellschaft leben und groß geworden sind, diese Charakteristika angenommen haben, vielleicht sogar unwissend, vielleicht sogar in einer Weise, dass ihnen gar nicht bewusst wird, dass sie so leben, wie sie nicht leben sollten. Wovon spreche ich? Nun schauen wir uns einmal im Johannes-Evangelium Kapitel 8 an, was Jesus Christus zu den damaligen Menschen, die zu seiner Zeit lebten, gesagt hat, aber was natürlich heute auch nach wie vor gültig ist. Johannes Kapitel 8, und schauen wir uns die Verse 44 bis 47 an. Johannes Kapitel 8 und die Verse 44 bis 47. Eine provozierende Aussage, eine Aussage, die nicht allzu leicht genommen werden darf, die natürlich auch nicht sehr angenehm klingt. Da sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Mit anderen Worten, durch ihn kam die Lüge in die Welt. Und er sagt dann in Vers 45, weil ich, Jesus Christus, aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Vers 46, wer von euch kann mich einer Sünde zahlen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Die Menschen im Großen und Ganzen abgeschnitten von Gott können die Wahrheit nicht verstehen. Wenn Gott nicht auf unseren Sinn einwirkt, dann können wir die Wahrheit nicht akzeptieren. Wir können nicht danach leben. Ich möchte heute beginnen, in einer Serie einmal darzulegen, wie die Lüge die Menschheit die ganze Geschichte hindurch mehr oder weniger beeinflusst und besessen hat, damit wir verstehen können, wo wir heute sind. Warum wir heute so leben, wie wir leben. Kehren wir zum Beginn der Bibel zurück in 1. Buch Mose und lesen wir Kapitel 3 und in Vers 4. 1. Mose Kapitel 3 und in Vers 4. Es geht hier um die berühmten zwei Bäume im Paradies, im Garten Eden. Und Gott hatte gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum nicht, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn wenn ihr davon esst, dann werdet ihr des Todes sterben. Und jetzt kommt die Schlange. Ein Symbol natürlich für Satan, den Teufel. Und es heißt hier in 1. Mose Kapitel 3 und Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Nun, wer hat gelogen? Hat Gott gelogen? Oder hat die Schlange gelogen? Denken wir daran. Christus sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Hier finden wir die erste schriftlich verbriefte Lüge in der Bibel, historisch gesehen, die gegenüber einem Menschen ausgesprochen wurde. Und Eva später erkannte sie an, dass sie betrogen wurde, dass sie einer Lüge geglaubt hat. Sie sagt nämlich hier in Vers 13, aber jetzt ist es zu spät, als Gott sie konfrontiert. Da sprach Gott, der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Warum hast du von dem Baum der Erkenntnis gegessen? Obwohl ich dir gesagt hatte, du darfst davon nicht essen. An dem Tage, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Und natürlich, der Tag ist auch insoweit zu verstehen, dass es jetzt schriftlich und ganz klar und eindeutig dann etabliert wurde, dass sie sterben würde. Und sie starb dann auch innerhalb des ersten 1000-jährigen Tages. Nämlich, sie starb ja dann zu Ende der ersten 1000 Jahre. Es heißt also hier, da sprach Gott, der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Und das Weib sprach, die Schlange betrug mich, sodass ich aß. Die Schlange betrug mich, sodass ich aß. Durch Satan kam die Lüge in die Welt. Und so sehen wir dann, dass Kain, nachdem er seinen Bruder Abel umgebracht hatte, diese Tatsache Gott gegenüber abstritt. Und mit anderen Worten, er log Gott an. Schauen wir uns dies in 1. Mose Kapitel 4 an und die Verse 8 bis 9. 1. Mose Kapitel 4 und die Verse 8 bis 9. Es geht hier darum, dass beide ein Opfer brachten und Gott akzeptierte das Opfer des gerechten Abel, aber er verwarf das Opfer des ungerechten Kain. Vers 8. Und da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Lasst uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Und da sprach der Herr zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich weiß nicht. Mit anderen Worten, eine faustdicke Lüge. Er log, weil er seine Schuld, die Schuld des Mordes, nicht zugeben wollte. Kain wurde über Abel zornig, weil Kains Opfer nicht akzeptiert wurde, aber Abels Opfer wurde von Gott akzeptiert. Und aufgrund seines Zornes, aufgrund seines Neides, aufgrund seiner Eifersucht, brachte er seinen eigenen Bruder um. Schauen Sie, der Mord folgte der Lüge. Oder vielmehr, die Lüge folgte der Mord in diesem Zusammenhang. Aber zunächst hat er natürlich auch ein bisschen den Bruder belogen, indem er gesagt hat, komm, gehen wir aufs Feld, mit der Absicht, ihn zu töten. Wir verstehen also, dass Hass oder Zorn letztendlich zur Lüge führen kann. Und diese Erkenntnis wird auch klar an anderen Stellen der Bibel etabliert. Schauen wir uns dies in Sprüche Kapitel 10 an. Sprüche Kapitel 10. Und in Vers 18. Sprüche Kapitel 10 und Vers 18. Da heißt es, falsche Lippen bergen Hass. Und wer verleumdet, ist ein Tor. Falsche Lippen bergen Hass. Lüge und Hass gehen vielfach Hand in Hand. Auch in Sprüche Kapitel 28 oder vielmehr Sprüche Kapitel 26 lesen wir die Verse 24 bis 26. Sprüche Kapitel 26, die Verse 24 bis 26. Der Hasser verstellt sich mit seiner Rede. Aber im Herzen ist er falsch. Wenn er seine Stimme holzselig macht, so glaube ihm nicht. Denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Wer den Hass trügerisch verbirgt, dessen Bosheit wird doch vor der Gemeinde offenbar werden. Also Hass und Zorn sind Ursachen oder zumindest Begleiterscheinungen für Lüge. Aber natürlich nicht die einzigen Ursachen. Natürlich nicht die einzigen Begleiterscheinungen. Kain log auch, weil er seine Schuld nicht eingestehen wollte. Entweder aus Angst vor Gott, vielleicht aus Trotz. Er hatte ja eine sehr rebellische Einstellung angenommen. Aber schauen Sie, es geht hier nicht nur um Kain, also um einen ungerechten Menschen. Die Bibel zeigt uns auch, dass gerechte Menschen lügen können. Dass sie nicht immun sind gegen Lüge. Ich möchte hier auf ein sehr interessantes Beispiel eingehen. Und zwar auf das Beispiel des Vaters der Gläubigen, wie er genannt wird. Abraham, der zunächst ja Abram hieß. Auch er log. Abram log, weil er sich vor Menschen fürchtete. Er fürchtete sich davor, was ihm Menschen antun könnten. So sehen wir also bereits hier, dass eine weitere Ursache für Lüge, Furcht. Sein kann. Oder die Angst vor Menschen. In 1. Mose Kapitel 12 lesen wir die Verse 11 bis 13. 1. Mose Kapitel 12 und die Verse 11 bis 13. Und als er, Abram, nah an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, die danach ja auch Sarah genannt werden würde, Siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir es wohler gehe um deinet Willen und ich am Leben bleibe um deinet Willen. Und ob das nur alles um Sarahs Willen geschah, ist sehr fraglich. Er hatte Angst. Er hatte einfach Angst davor, dass er umgebracht werden könnte von den Menschen, wenn sie erkennen würden, was die Wahrheit war. Und so kamen sie beide dahin, überein zu lügen. Es ist interessant, wie Gott das hier weiter darstellt, dass nämlich ein Heide, dieser Pharao von Ägypten, Abraham erkennen lassen muss, dass Abraham falsch handelte, dass seine Lüge falsch war. In den Versen 18 und 19. Da heißt es, da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, Warum hast du mir das angetan? Also er hatte jetzt erkannt, dass das in Wirklichkeit die Frau von Abraham war. Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und ziehe hin. Später log Sarah, die Frau von Abraham, weil sie nicht zugeben wollte, dass es ihr an Glauben mangelte. Schauen sie auch, Scham kann eine Ursache für Lüge sein. In 1. Mose Kapitel 18 lesen wir diese Stelle angefangen in Vers 9. 1. Mose Kapitel 18 angefangen in Vers 9. Und hier wird von dem Herrn geredet, dem Gottesalten des Demändes, der mit zwei Engeln zu Abraham und Sarah kam, natürlich in menschlicher Gestalt. Und da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah deine Frau? 1. Mose 18, Vers 9. Und er antwortete, drinnen im Zelt. Und da sprach er, in anderen Worten hier Gott, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah deine Frau einen Sohn haben. Und das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Und darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt? Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht? Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Sie hatte Angst, ihre Schuld oder ihren Mangel an Glauben einzugestehen. Und so hat sie dann lieber gelogen. Nun, es mag vielleicht auch als eine Überraschung kommen, doch es sollte dies keine sein, wenn man die menschliche Natur begreift und erkennt, wie Satan den Menschen beeinflusst und auch weiterhin kontinuierlich beeinflusst. Aber die Tatsache, dass Abraham, nachdem er von dem Pharao zurechtgewiesen wurde, weiterhin die gleiche Lüge anderem auftischt, ist ein Beweis, wie einfach es sein kann, sich auf dem Weg der Lüge fortzubewegen. Schauen wir uns diesen 1. Mose Kapitel 20 an. Angefangen in Vers 1. 1. Mose Kapitel 20, angefangen in Vers 1. Da lesen wir, Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kaddisch und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gera. Er sagte aber von Sarah seiner Frau, sie ist meine Schwester. Und er sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. Abimelech ein Titel, wie zum Beispiel Pharao auch ein Titel ist. Abimelech ist nicht unbedingt ein Name, der eine ganz spezifische Person identifiziert. Vers 3. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Vers 5. Jetzt sagt er Abimelech im Traum zu Gott, hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen, mit unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigst, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. Schauen Sie, wie Gott Ehe ernst nimmt. Das ist noch lange vor den Zehn Geboten hier geschrieben. Denn Ehebruch war immer schon eine Sünde, in Gottes Augen, die des Todes würdig war. Lesen wir nun weiter in Vers 9. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Und Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht in diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Aber schauen Sie, das Ganze, obwohl es vielleicht eine halbe Wahrheit war, war eine totale Lüge. Und als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr, die Liebe tu mir an, dass wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Also es ging nicht nur um eine oder zwei Gelegenheiten, es war eine kontinuierliche Absprache, die hier durchgeführt wurde. Nun, vielleicht dachte Abraham in seiner Vorstellung, dies war keine Lüge, denn das, was er sagte, war ja zum Teil richtig. Nun, in Gottes Augen war es eine Lüge, in den Augen von Abimelech, oder Abimelech war es eine Lüge. Wir sehen, wie uns unser Herz verführen kann. Denn Abrahams Motiv war ja, sein Vorhaben war ja, die Menschen zu täuschen. Und das ist natürlich eine Lüge. Der Prophet Jeremiah stellte einmal die Frage, wer kann das Herz des Menschen begreifen? Es ist ja so verschlagen, es ist ja so unheilbar krank, es ist ja so pervers. Und die Antwort, die er gibt, ist, nur Gott kann es tun. Allein Gott kann uns manchmal zeigen, muss uns zeigen, wo wir uns auf lügnerischem Wege befinden und uns dann von der Lüge abwenden zu können. David verstand es auch. Der hat zu Gott mehrfach gebetet, siehe, ob ich auf falschem Wege wandle und führe mich auf richtigem Wege. Er verstand, dass in seinem Herz nicht unbedingt immer alles so klar war, so deutlich war, wie es hätte sein sollen. Und da es nun einmal eine Tatsache ist, dass Kinder ihre Eltern imitieren, zumindest und gerade auch dann, wenn die Eltern etwas Falsches tun, wenn es also um schlechte Eigenschaften geht, so sehen wir, dass auch der Sohn Abrahams, Isaac, genau die gleiche Lüge vorbringt, die sein Vater Abraham vorgebracht hatte. Schauen wir uns dies an in 1. Mose Kapitel 26. Auch von daher ist es wichtig, dass wir als Eltern uns dessen bewusst werden, dass unser eigenes Verhalten einen sehr positiven oder auch einen sehr negativen Einfluss haben kann auf unsere Kinder. 1. Mose 26, angefangen in Vers 6. Und so wohnte Isaac zu Gerar, der Sohn, den Abraham und Sarah dann bekamen, wie es Gott versprochen hatte. Und so wohnte dann Isaac zu Gerar. Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich, zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt. Und als es nun eine Zeit lang da war, oder als er nun eine Zeit lang da war, da sah Abimelech, aber nicht der gleiche, das ist wie gesagt, ist ja ein Titel, der König der Philister durchs Fenster und wurde gewahrt, dass Isaac scherzte mit Rebekkas, seiner Frau. Mit anderen Worten, die taten da etwas, was klar und deutlich manifestierte, dass es nicht hier Bruder und Schwestern waren. Und da rief Abimelech den Isaac und sprach, siehe, sie ist eine Frau. Wie hast du dann gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihres Willen. Und Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Es wäre leicht geschehen, dass jemand vom Volk sich zu seiner Frau gelegt hätte und du hättest so eine Schuld auf uns gebracht. Und wenn wir uns nun das Leben des Erzvaters Jakob ansehen, des Sohnes von Isaac und Rebekkas, dann finden wir auch, dass Jakob den Weg der Lüge ging. Wir finden, dass er mit Hilfe seiner Mutter Rebekkas, den eigenen Vater betrog und belog. Schauen Sie, wie Abraham gelogen hatte, so hatte Isaac gelogen und nun log Jakob. Verstehen wir, wie Satan seine Gelüste kontinuierlich in die Menschen pflanzt und sogar auch in gerechte Menschen, die sehr aufpassen müssen, dass sie nicht diese falschen Wege folgen? Nun, wenn Abraham, wenn Isaac, wenn Jakob logen, dann waren sie nicht gerecht, dann lebten sie nicht gerecht. Doch Gott vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie bereuen. Und Gott vergibt uns auch die Sünden, die wir begangen haben, die wir bereuen, die wir erneut begehen, wenn wir sie bereuen. Abraham, Isaac und Jakob werden im Neuen Testament als Menschen beschrieben, die ein gutes Zeugnis empfangen haben. Sie werden im Reich Gottes sein. Doch die Geschehnisse in der Bibel zeigen, dass selbst solche Menschen logen, dass sie fähig waren zur Lüge. Das sollte uns allen als Warnung dienen. Denn auch wir alle sind fähig zur Lüge. Meinen wir nie, wir seien unfähig zur Lüge. Meinen wir nie, wir hätten nicht gelogen in der Vergangenheit, wir lügen heute nicht und wir werden nie in der Zukunft, solange wir in diesem Körperleben lügen. Das wäre ein Selbstbetrug. Das wäre alleine schon eine Lüge, eine Täuschung uns gegenüber. Gott vergibt, wenn wir bereuen. Doch bevor wir bereuen können, müssen wir zunächst einmal die Sünde erkennen. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 27 an, angefangen in Vers 5. 1. Mose Kapitel 27 Der Isaac hatte seinem Sohn Esau gesagt, gehe hin und bring mir was zu essen, ein Wildbret, und dann werde ich dich segnen. Und der Segen bedeutete, dass seine Reichtümer oder vieles von seinen Reichtümern dann an diesen Sohn weitergegeben würden. Vers 5. Rebekah aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbrett jagte und heimbrächte. Und da sprach Rebekah zu Jakob, die liebte nämlich den Sohn Jakob mehr als den Bruder von Jakob. Da sprach Rebekah zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbrett und mache mir ein Essen, das ich esse und ich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun mein Sohn auf mich und tue, was ich dich heiße. Gehe hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Vers 10. Und das sollst du deinem Vater hineintragen, auf das er esse, auf das er dich segne, vor seinem Tod. Und Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekah, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Und er sprach seiner Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, gehe und hole mir. Und wie wir noch sehen werden, Jakob musste danach erfliehen und würde seine Mutter nie mehr wiedersehen. Als Rebekah dies sagte, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, da war das sehr tragisch zu sehen. Vers 14. Und er ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Und er machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte. Und er nahm Esaus ihres älteren Sohnes Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände, wo er glatt war und am Halse. Und dann lesen wir Vers 18. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Denn der war jetzt blind, der konnte jetzt nichts mehr sehen. Und Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komme nun, setze dich und isst von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Vers 20. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Der war also doch ein bisschen skeptisch her. Und er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Die zweite Lüge bereits. Vers 21. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt dazu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Und so trat Jakob zu seinem Vater Isaac. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Und er antwortete, ja, ich bin's. Zumindest drei Lügen hier werden ausgesprochen und natürlich das ganze Verhalten von Jakob war lügnerisch. Und Rebekah und Jakob taten dies, weil sie ja den Segen von ihrem Vater und in diesem Falle von Rebekah natürlich ihrem Mann erhalten wollten. Die wollten also den Segen dem Esau wegnehmen und dann dazu den Isaac bringen, den Jakob zu segnen. Also diese Lüge hier geschah aufgrund von, man könnte sagen, Neid, Begierde. Sie belogen also den Isaac, weil sie etwas haben wollten, was ihnen eigentlich nicht zustand, oder zumindest dem Jakob nicht. Sie können nachher sich im Jakobusbrief, in Kapitel 3 und Vers 14 eine Stelle anschauen, Jakobus 3 und Vers 14, die bestätigt, dass Neid eine Ursache für Lüge sein kann. Da sagte mir Jakobus, habt ihr Neid, so lügt nicht der Wahrheit zuwider. Aber das ist genau das, was hier Jakob tat. Nun, als Esau erfuhr, dass Jakob ihn betrogen hatte, da war er so erbos, da war er so zornig, dass er ihn umbringen wollte. Und so floh Jakob und suchte bei seinem Onkel Laban, dem Bruder seiner Mutter, Zuflucht. Es sollte uns nicht überraschen, dass jetzt Jakob mehrmals von seinem Onkel Laban belogen und betrogen wurde. Wie er es gegenüber Isaac getan hatte und Esau, so musste er es selbst nun an sich erfahren. Zunächst einmal in 1. Mose, Kapitel 29, angefangen in Vers 16. 1. Mose 29, angefangen in Vers 16. Der Laban hatte zwei Töchter. Der ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Und Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen, bleibe bei mir. Und so diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Vers 21. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Und er lud Laban alle Tochter oder alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Nun, man muss sich das so vorstellen, die war jetzt tief verschleiert und als sie dann zu Jakob ins Zelt kam, da war es scheinbar dunkel, sodass wirklich der Jakob die nicht als Lea erkannte. Vers 24. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magdsilpa zur Leibmarkt. Am Morgen aber, siehe, da war es leer. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Und Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Das war natürlich alles Heuchelei. Nachher hat dann auch der Laban seine andere Tochter, die Rahel, dem Jakob gegeben. Er musste aber weitere sieben Jahre dann auch noch für die jüngere Tochter Rahel dienen. Schauen Sie, eine Charaktereigenschaft eines Heuchlers ist, Lügen zu verbreiten. In Psalm 28, in Psalm 28, lesen wir Vers 3. Psalm 28 und in Vers 3. Da heißt es, raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Wenn einer zu freundlich zu ihnen ist, wenn einer laufend ihnen Schmeicheleien sagt, dann seien sie vorsichtig. Es könnte genau das hier der Fall sein, was hier im Psalm 28 geschrieben steht, wie das ja auch der Laban praktizierte, dem Jakob gegenüber. Kehren wir zurück zu 1. Mose 31 und Vers 7. 1. Mose 31 und Vers 7. Da sagt nämlich Jakob, was er von seinem Onkel hielt. Er hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Mit anderen Worten, Gott hat nicht gestattet, dass er ihn umrechte. Aber er hat sehr betrügerisch an Jakob gehandelt, die ganze Zeit, diese ganzen 14 Jahre hindurch, wo er bei dem Laban war. Und schließlich flohen dann Jakob und seine Frauen und Kinder mit all ihrem Gut von ihrem Onkel und Vater hinweg. Aber hier schauen wir, was die Rahel tat. Die Rahel stahl von ihrem Vater einen Hausgott. Nun, einige Kommentare sagen uns, dieser Hausgott war ein Symbol für Besitztum. In anderen Worten, wer immer diesen Hausgott hatte, der hatte damit auch das Recht auf den Besitz. Aber es könnte durchaus sein, dass Rahel nach wie vor Abgötterei betrieb und dass sie diesen Hausgott anbetete und ihn jetzt stahl von dem Vater, als sie mit Jakob dann floh. Wie auch immer. Laban holte Jakob ein und er forderte von Jakob, dass ihm der Hausgott zurückgegeben würde. Schauen wir uns nun an, was in 1. Mose 31 geschrieben steht, angefangen in Vers 34. 1. Mose 31 in Vers 34. Da heißt es, Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Vater, Mein Herr, zirne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Daher fand er den Hausgott nicht, wie sehr er auch suchte. Und Jakob wurde zornig und schallt Laban und sprach zu ihm, was habe ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist. Nun, zunächst einmal war natürlich das, was Rahel hier von sich gab, eine Lüge. Es war jedenfalls nicht der Grund, warum sie nicht aufstehen konnte von ihrem Kamel. Sie wollte ja diesen Hausgott verbergen. Sie wollte ihren Liebsten natürlich nicht eingestehen, sie wollte nicht diesen Hausgott zurückgeben. Und so log sie stattdessen über diese Angelegenheit. Und so lesen wir dann auch, dass Jakob offensichtlich der Rahel glaubte. Der wusste nämlich nicht, dass die Rahel den Hausgott genommen hatte. Und er wurde jetzt zornig. Er wurde zornig, weil er einer Lüge glaubte. In diesem Falle war Laban zu Recht, erbos, denn letztendlich war ja sein Hausgott ihm gestohlen worden. Aber was diese Stelle uns auch zeigt, ist, dass Lügen zu ungerechtfertigtem Zorn in anderen führen können. Jene nämlich, die der Lüge glauben. Und dann sehen wir, dass Jakobs Söhne, die auch in dieser gottfeindlichen Gesellschaft aufwuchsen, ebenfalls nicht frei davon waren zu lügen, wenn sie dazu Gelegenheit hatten. Ein sehr unschönes Beispiel finden wir in 1. Mose Kapitel 34, die Verse 1 und 2. Hier geht es um die Tochter, die namentlich erwähnt wird von Jakob, die Dina. 1. Mose 34, Vers 1. Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und als sichern sie sah, der Sohn des Hivitas Hamor, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Mit anderen Worten, er vergewaltigte sie. Ein schändliches Verbrechen. Wir lesen aber dann, dass er die Dina lieb gewann und er sie heiraten wollte. Doch schauen wir uns an, was nun geschah. Angefangen in Vers 13. Da antworteten Jakobs Söhne, dem Sichem und seinem Vater Hamor, hinterhältig, weil ihre Schwester Dina geschändet war und sprachen zu ihnen, wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre uns eine Schande. Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten wird. Dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein. Nur das geschah natürlich nicht aus redlicher Absicht heraus. Alles das war eine Lüge. Sie hatten keinesfalls den Willen, das, was sie sagten, hier auszuführen. Vielmehr forderten sie die Beschneidung aller Heiden hier, um sie alle umbringen zu können. Auch die, die nichts mit dieser Vergewaltigung von Dina zu tun hatten. Es waren hier die Söhne Simeon und Levi, die heuchlerisch handelten. Es war also ihre Absicht, ihren Nächsten umzubringen. Schauen Sie, der Heuchler zerstört seinen Nächsten. Das braucht nicht einmal durch Taten zu geschehen. Das kann auch durch Worte geschehen. Das kann auch durch Lügen geschehen, die wir über andere streuen und sagen, um dadurch deren Ruf zu vernichten. Sie haben sicherlich von dem Wort Rufmord gehört. In Sprüche 11 wird davon gesprochen. Sprüche Kapitel 11 und lesen wir uns Vers 9 durch. Sprüche 11 und Vers 9. Sprüche Kapitel 11 und Vers 9. Da heißt es, durch den Mund des Gottesverächters wird sein Nächster verderbt. Aber die Gerechten werden durch Erkenntnis errettet. Durch den Mund des Gottesverächters, der also die Gesetze Gottes verachtet, der also heuchlerisch lebt, da kann ein anderer verderbt werden. Wir lesen ja auch, dass später die Söhne Jakobs dahin übereinkamen, ihren eigenen Bruder Josef umzubringen. Und dann haben sie ihn nachher nicht umgebracht, sondern an die Händler verkauft, die ihn dann weiter nach Ägypten gebracht haben. Aber nicht nur das, sie kamen auch dahin überein, den Vater über den Verbleib des Schicksals Josefs zu belügen. Die waren ja auch wiederum eifersüchtig darauf, dass der Jakob dem Josef diesen wunderschönen Mantel gegeben hatte und dann auch darauf, dass der Josef Träume hatte, die die Zukunft vorhersagten und sie hatten eben solche Träume nicht. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 37 an. 1. Mose Kapitel 37 angefangen in Vers 18. Der Josef war also von seinem Vater zu den Söhnen geschickt worden, die die Herde weideten, um zu sehen, wie die so mit dem Herde weiden zurechtkamen. Und in Vers 18 als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, Vers 19, seht, der Träumer kommt daher, so kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Und dann auch in Vers 31, wie es dann weitergeht, da nahmen sie Josefs Rock, nachdem sie ihn verkauft hatten, und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, siehe, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und das war natürlich genau das, was die Söhne auch wollten, dass Jakob sagen würde. Das Ganze war natürlich wiederum eine Lüge, teilweise durch das, was sie sagten und teilweise durch das, was sie taten. Nun, eine weitere Episode, die in der lügenhaftes, unehrliches Verhalten unter die Lupe genommen wird, findet sich im nächsten Kapitel, in Kapitel 38, von 1. Mose, und er bezieht sich nun auf Judah. Diese Episode bezieht sich auf Judah, einen weiteren Sohn Jakobs. Und auch das ist eine sehr traurige Geschichte, wenn man sich das überlegt. Und es zeigt auch in gewisser Weise, was da für Zustände herrschten damals. Die sind vielleicht aber gar nicht so anders heute. Denn der Judah hatte zwei Söhne, den Er und den Onan. Und die waren beide gestorben. Und die Tamar war die Ehefrau, zunächst des ersten und dann des zweiten Sohnes gewesen. Und nun lesen wir in 1. Mose, Kapitel 38, und Vers 11. Da sprach Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Schela groß wird. Denn er dachte, vielleicht würde der auch sterben wie seine Brüder. Und so ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause. Wenn er das Versprechen war, wenn mein anderer Sohn groß ist, dann soll er dein Ehemann werden. Doch Judah hielt sein Wort nicht. Als der Sohn groß geworden war, weigerte Judah sich, diesen Sohn seiner Schwiegertochter als Mann zu geben. Und nun erkannte die Tamar dies, und sie verkleidete sich als eine Prostituierte. Und als der Judah vorbeikam, erkannte er die Tamar nicht, sondern verkehrte mit dieser Schwiegertochter von ihm, die er nicht erkannte, sexuell, Und als es dann aber bekannt wurde, dass Tamar schwanger wurde von dieser sexuellen Entwicklung, da war Judah willens, sie zu verbrennen. Denn sie hat, der sagte ja, die hat ja hier die Hure gespielt. Doch als er erkannte, dass Tamar seine Kinder unter ihrem Busen trug, es würden dann Zwillinge sein, da hatte er folgendes zu sagen in Vers 26. Judah erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Shelah nicht gegeben. Doch wohnte er nicht mehr ihr bei. Aber er hatte erkannt, dass er seine Schwiegertochter belogen hatte. Und zwar war dies eine Lüge, weil er ein Versprechen nicht hielt. Nun, Tamar belog ihn ihrerseits, indem sie sich verstellte und vorgab, eine Hure zu sein. Und so sehen wir auch hier wiederum, dass eine Lüge zur nächsten Lüge führt. Es ist dies, wie man das so schön sagt, ein Teufelskreis. Aber ich möchte hier ein wenig bei der Tatsache verbleiben, dass ein gegebenes und so dann gebrochenes Wort in Gottes Augen eine Lüge ist. Wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas versprechen, müssen wir es halten, müssen wir es tun. Gott will, dass wir unser Wort halten, egal unter was für Umständen auch immer. Schauen wir uns kurz eine Stelle im 4. Buch Mose an, Kapitel 30. 4. Buch Mose, Kapitel 30 und die Verse 2 und 3. 4. Buch Mose, Kapitel 30 und die Verse 2 und 3. Und Mose redete mit den Häuptern der Stämme Israels und sprach, dies ist, was der Herr geboten hat. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Aber es geht nicht nur um einen Eid, es geht nicht nur um ein förmliches Versprechen. Für uns heute geht es darum, dass was immer wir auch sagen, wir es tun müssen. 5. Mose, Kapitel 23, die Verse 22 bis 24. 5. Mose 23, die Verse 22 bis 24. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es von dir fordern und es wird Schuld auf dich fallen. Wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Aber was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und danach tun, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt und mit deinem Munde geredet hast. Schauen wir jetzt an eine weitere Stelle, in einem Psalm, in einem Psalm 15. Gott nimmt es sehr ernst, dass das, was wir sagen, dann auch tun. Das zeigt nämlich auch den wahren Charakter eines Menschen. Kann man sich auf einen Menschen verlassen oder kann man sich nicht auf einen Menschen verlassen? Psalm 15, die Verse 1 bis 5. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen? Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet? Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt oder Wucher und nimmt nicht Geschenke wie den Unschuldigen? Wer das tut, der wird nimmermehr wanken. Und letztlich noch Psalm 66, die Verse 13 und 14. Psalm 66 und die Verse 13 und 14. Da heißt es hier Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Also es war hier eine Verzweiflungslage und hier der Psalmist hat Gott etwas versprochen, aber nachdem die Verzweiflungslage vorbei war, war der Psalmist davon überzeugt, dass er trotzdem seine Gelübde, seine Versprechen halten musste, die er Gott gegeben hatte. Wie ich sagte, dies bezieht sich nicht nur auf ein formelles Versprechen, auf einen Eid, an ein Gelübde. Das Neue Testament sagt uns ja, dass wir überhaupt nicht schwören sollen, da unser Wort so gut und so wertvoll sein soll wie Gold. Unser Ja und unser Nein müssen genauso schwer wiegen wie ein vor Gericht feierlich abgegebener Eid. Schauen wir uns dies in Matthäus Kapitel 5 an, was Christus hierzu zu sagen hat. Matthäus Kapitel 5 die Verse 33 bis 37 Matthäus Kapitel 5 und die Verse 33 bis 37 Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn seinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei Ja, Ja, Nein, Nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Und sie können nachher sich in Jakobus Kapitel 5 und Vers 12 eine weitere Stelle ansehen, wo das gleiche wieder zum Ausdruck kommt. Also Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein, und alles, was darüber ist, ist vom Übel. Wir müssen also halten, was wir sagen. Oder aber wir sollten erst gar nichts versprechen. Gott macht uns für das, was wir sagen, verantwortlich. Schauen wir uns in den Sprüchen an, was hier geschrieben steht, in Sprüche Kapitel 20, Sprüche Kapitel 20 und zunächst einmal in Vers 25. Sprüche Kapitel 20 und in Vers 25. Es heißt hier, es ist dem Menschen ein Fallstreck, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Also überlegen sie vorher, bevor sie ein Versprechen geben und geben sie kein Versprechen und denken sich nachher dann einen Ausweg aus, wie sie das nicht zu halten brauchen. Auch in Sprüche Kapitel 25 lesen wir Vers 14. Sprüche Kapitel 25 und Vers 14. Wer Geschenke verspricht und hält es nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Mit anderen Worten, unzuverlässig. Auf den kann man sich nicht verlassen, dem kann man nicht vertrauen, dem kann man nichts mehr glauben. Der gibt laufend Geschenke oder Versprechen ab, selbst, dass man also Geschenke gibt und dann aber dieses Versprechen nicht hält. Auch im Predigerbrief lesen wir Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Prediger Kapitel 5 und die Verse 1 bis 6. Da ist eine weitere Warnung, die hier zum Ausdruck kommt. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden, darum lass deiner Worte wenig sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume und wo viele Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott eingelübde tust, so zögere nicht, nicht es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor den Boten Gottes nicht, das war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Gott nimmt die Sache sehr ernst und so müssen auch wir uns sehr dazu bemühen, nicht etwas zu versprechen und es dann nicht zu halten. Sehen wir uns auch einmal an, wie Gott jemanden betrachtet, der etwas verspricht und später dann seine Meinung ändert und das Versprochene nicht einlöst. In Ezekiel Kapitel 17 finden wir ein interessantes Beispiel hierzu. Ezekiel Kapitel 17 und angefangen in Vers 11. Und das Herrenwort geschah zu mir, spricht er zu dem Haus des Widerspruchs. Wisst ihr nicht, was damit gemeint ist? Und sprich, siehe, es kam der König von Babel nach Jerusalem und nahm seinen König und seine Oberen und führte sie weg zu sich nach Babel. Vers 13. Und er nahm einen vom königlichen Geschlecht und schloss einen Bund mit ihm und nahm einen Eid von ihm, aber die Gewaltigen im Lande führte er fort, damit das Königtum niedrig bleibe und sich nicht erheben könnte, sondern sein Bund gehalten würde und bestünde. Aber er fiel von ihm ab, also dieser neue König, und sandte seine Boten nach Ägypten, dass man ihm Rosse und viel Kriegsvolk schicken sollte. Sollte es ihm gelingen? Sollte er davon kommen, wenn er das tut? Sollte er, der den Bund bricht, davon kommen? So weich lebe, spricht Gott der Herr an dem Ort des Königs, der ihn als König eingesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, da soll er sterben, mitten in Babel. Auch wird ihm der Pharao nicht beistehen im Kriege mit einem großen Heer und viel Volk, wenn man zum Sturm den Wall aufwerfen und die Bollwerke bauen wird, sodass viele umkommen. Denn weil er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, weil er seine Hand darauf gegeben und doch dies alles getan hat, wird er nicht davon kommen. Aber Gott ist noch nicht fertig damit. Zunächst einmal wird hier ein Versprechen aufgeführt, das gebrochen wird. Aber schauen Sie, wie Gott das sieht. Vers 19, Darum spricht Gott der Herr, so wahr ich lebe, will ich meinen Eid, den er verachtet hat, und meinen Bund, den er gebrochen hat, auf seinen Kopf kommen lassen. Scheinbar wurde hier Gott als Zeuge mit angeführt in diesem Bundesschluss. Und Gott sieht das an, als ob dieser Bund mit ihm geschlossen worden sei. Vers 20, Ich will mein Netz über ihn werfen und er soll in meinem Garn gefangen werden und ich will ihn nach Babel bringen und will dort mit ihm ins Gericht gehen, weil er mir die Treue gebrochen hat. Und alle Auserlesenen von seiner ganzen Streitmacht sollen durchs Schwert fallen und alle, die übrig geblieben sind, sollen in alle Winde zerstreut werden und ihr sollt erfahren, dass ich, der Herr, es geredet habe. Schauen Sie, Gott betrachtete diesen Bund mit dem König, den er unter diesem Eid geschlossen hatte, als einen Bund, den er mit Gott selbst geschlossen hätte, da Gott, wie ich sagte, Zeuge dieses Bundes war und in dieser Weise zu einem Teil der Vereinbarung geworden war. Gott sieht alles, was wir tun. Wenn wir heute als Repräsentanten Gottes etwas sagen und es dann nicht tun, wird Gott vielleicht sehr ärgerlich mit uns werden, weil wir in gewissem Sinne seinen Namen missbrauchen, in unnützer Form benutzen. Wir sagen ja, wir sind Gottes Kinder. Wir sagen ja, wir sind Christen. Wir repräsentieren Gott und dann brechen wir unser Wort. Wenn Gott etwas sagt, ist es wahr. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. Darauf können wir felsenfest und hundertprozentig bauen. in Psalm 132 In Psalm 132 lesen wir Vers 11. Psalm 132 und Vers 11. Da heißt es, Der Herr hat David einen Eid geschworen, davon wird er sich wahrlich nicht wenden. Ich will dir auf deinen Thron setzen, einen, der von deinem Leibe kommt. Ein Versprechen, was Gott dem David gegeben hatte. Und er sagt, dieses Versprechen wird niemals gebrochen werden. Wir lesen im Neuen Testament eine Stelle im Hebräer Kapitel 6 und die Verse 17 bis 18. Hebräer Kapitel 6 und die Verse 17 und 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Schauen Sie, Gott hat uns das Reich Gottes verheißen, ewiges Leben verheißen. Was wäre, wenn Gott lügen könnte? Was wäre, wenn wir uns auf solche Versprechen nicht verlassen könnten? Aber wir können uns absolut darauf verlassen, dass das, was Gott uns verspricht, er auch erfüllen wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, können Menschen sich absolut auf das verlassen, was wir ihnen versprechen? Oder kann Gott sich auf das verlassen, was wir ihm versprechen? Nun, einige haben gesagt, ja, aber Gott tut ja doch manchmal nicht das, was er sagt. Er kann ja seine Meinung ändern und er mag vielleicht ein Versprechen geben und das erfüllt er dann nicht und weil er es so tut, können wir das dann auch tun. Nun, schauen wir uns genau an, wie Gott seine Versprechen gibt in Jeremia Kapitel 18. Jeremia Kapitel 18 angefangen in Vers 7. Jeremia Kapitel 18 und angefangen in Vers 7. Da sagt Gott, bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte, zu tun. Und nun spricht zu den Leuten in Judah und zu den Bürgern Jerusalems, so spricht der Herr. Siehe, ich bereite euch Unheil und habe euch oder gegen euch etwas im Sinne, so bekehrt euch doch ein jeder von seinem bösen Wandel und bessert euren Wandel und euer Tun. Aber sie sprechen, daraus wird nichts. Wir wollen nach unseren Gedanken wandeln und dann jeder soll tun nach seinem verstockten und bösen Herzen. Schauen Sie, hier ist ein Versprechen, das aber von einer Bedingung abhängig ist. Gott macht ganz deutlich hier, dass er sagt, er will etwas tun oder etwas nicht tun, aber es ist von einer Bedingung abhängig. Die Bedingung hier ist das Verhalten der Menschen. Gott gab dieses Versprechen nicht in bedingungsloser Weise. Für immer sagt Gott, ich werde dies und das tun, solange wir die Menschen ihren Teil erfüllen oder ich werde es nicht mehr tun, wenn die Menschen ihren Teil nicht erfüllen. Und das gleiche gilt natürlich für uns heute. Wir können sagen, wir werden etwas tun und es dann nicht tun, wenn wir zuvor klar gemacht haben, dass unser Verhalten oder unser Vorhaben von Bedingungen abhängig ist. Dabei kann es nicht um gewisses Verhalten von Menschen handeln, es kann sich um Unstände handeln, die eintreten oder nicht eintreten mögen. Doch seien wir vorsichtig. Wenn wir es nämlich nicht klar und deutlich zunächst einmal hervorheben, dass unsere Aussagen von Bedingungen abhängig sind, dann sind wir gebunden. Dann müssen wir tun, was wir gesagt haben, auch wenn es uns schaden möge. Tun wir es nicht, brechen wir unser Wort, Gott, wir sind der Lüge schuldig, sowohl in Gottes Augen, als auch in den Augen der Menschen. Schauen Sie, in dieser Welt sind Menschen nicht besorgt, wenn sie lügen. Es ist heute gang und gäbe zu lügen. Man kann heute kaum jemandem noch vertrauen, kaum jemandem noch glauben, wenn er einem etwas sagt, ob der jetzt auch die Wahrheit spricht. als Josef in Ägypten war, da verweigerte er eine sexuelle Overtüre sozusagen von der Frau seines Herrn, seines Kämmerers und als er sich von ihr abwandte, die ihn also jetzt verführen wollte, da log sie und sagte, ach der Josef, der wollte mich verführen, der wollte mir Gewalt antun und ihr gutgläubiger Ehemann, der glaubte natürlich seiner Frau und ich Josef und Josef wanderte daraufhin ins Gefängnis. Unschuldig. Wir sehen, dass diese Lüge zu Josefs ungerechtfertigter Gefangenschaft führte. Verstehen wir, welche Konsequenzen eine Lüge für andere haben kann. Nicht nur für uns selbst, weil unser Charakter natürlich dadurch nicht gebaut wird, sondern auch für andere. Manchmal denken wir vielleicht, Lügen sind in gewisser Weise zu gewissen Zeiten gerechtfertigt, notwendig. Ich bin mir sicher, dass Abraham und Isaac meinten, ihre Lügen im Hinblick auf ihre Frauen waren sogenannte gerechtfertigte Notlügen, die man ohne weiteres abgeben könne. Nun, dies mag auch für die hebräischen Hebammen gelten, die dem Pharao nicht gehorchten. Wir denken daran, als die Israeliten in Ägypten waren, der Pharao hat gesagt, dass alle die männlichen Kinder, die sollten getötet werden, die weiblichen konnten überleben, aber die Hebammen, die fürchteten Gott und die töteten die Kinder nicht, die männlichen Kinder und sie wurden dann vor den Pharao gebracht, der fragte sie, warum habt ihr das nicht getan und schauen wir uns die Antwort der Hebammen an. In 2. Mose Kapitel 1 angefangen in Vers 15. 2. Mose Kapitel 1 und angefangen in Vers 15. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua, wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder Denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Aha, sagen jetzt einige, schauen sie, Gott hat die Hebammen dafür gesegnet, dass sie loben. Nein, Gott hat die Hebammen dafür gesegnet, dass sie die Kinder niemals gerechtfertigt. Gott billigt niemals lügenhaftes Verhalten unter keinen Umständen. Schauen wir uns 2. Mose Kapitel 23 an und Vers 7. 2. Mose Kapitel 23 und Vers 7. Da sagt Gott uns klar und deutlich, halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiele ist. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiele ist. Wir lesen auch in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 17 und in Vers 7. Sprüche Kapitel 17 und Vers 7. Es steht einem Toren nicht wohl an, von hohen Dingen zu reden, viel weniger einem Edlen, dass er mit Lügen umgeht. Schauen Sie der Pharao zur Zeit Abrahams und dieser Abimelech die verloren zweifellos ihren Respekt oder einen gewissen Grad an Respekt für Abraham und für Isaac als sie erkannten, dass die sie angelogen hatten. Es ist nicht gut für einen Gerechten zu lügen und dann der Lüge überführt zu werden. Denken wir an 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 21 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 21 Da heißt es, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, wissen wir dies, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Der Zweck heiligt die Mittel, das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Schauen Sie, die Bibel sagt uns deutlich, dass den Lügnern, die ihre Lüge nicht bereuen wollen, ein schreckliches Schicksal vorbehalten ist. In Offenbarung Kapitel 21 Lesen wir zunächst einmal Vers 8. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 8. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Fräfler und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner. Deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, mit anderen Worten diejenigen, die ihre falschen Verhaltensweisen nicht bereuen, die so leben wollen, wie es hier beschrieben steht, die Lügner, die aber die Lüge nicht bereuen wollen, die werden letztendlich im folgigen Fuhl, dem zweiten Tod, vernichtet werden. Im gleichen Kapitel in Vers 27 wird folgendes noch gesagt, Nichts Unreines wird hineinkommen. Hier geht es um das heilige, neue, himmlische Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde herniederkommen wird. Aber nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und dann lesen wir noch in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 15. Draußen, also nicht wiederum im heiligen, himmlischen Jerusalem hier auf Erden, sondern draußen. Die kommen nicht hinein. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Wie wir in einer weiteren Predigt sehen werden, konnten die Israeliten, die den Spionen glaubten, die das Land Kanaan auskundschafteten und dann zurückkamen und sagten, das ist ein schreckliches Land, die Israeliten, die denen glaubten. Die durften nicht, die konnten nicht in das Land Kanaan, das gelobte Land, hineingelangen. Gott ließ sie nicht hineingelangen. Die starben alle in der Wüste. Das Land Kanaan ist natürlich auch symbolisch zu sehen für das Reich Gottes, das uns verheißen ist. Wenn wir es lieben, auf Lüge zu hören, wie die Israeliten dies damals taten, oder selbst die Lüge zu praktizieren, dann werden wir nicht ins Reich Gottes eingehen. Wir müssen die Lüge bereuen. Lügen, die sich in unserem Leben eingenistet haben, zunächst einmal sehen. Gott bitten, sie uns zu zeigen und dann bereuen, ablegen. Wir müssen Gott um die Kraft bitten, die Lüge aus unserem Leben zu entfernen, sie radikal auszumerzen. Das ist das, was die gerechten Menschen, die im Reich Gottes sein werden, tun mussten, getan haben. Sonst wären sie nicht, hätten sie nicht das Versprechen erlangt, dass sie im Reich Gottes sein werden, dass sie ewiges Leben erhalten würden. Und es ist möglich, dies zu tun. Denn wir sehen ja, dass kein Lügner im Reich Gottes sein wird, der seine Lüge nicht bereut. Aber Abraham, Isaac und Jakob werden im Reich Gottes sein. Sie haben also ihre Sünden, ihre Lügen bereut. Ihre Lügen, die sie sogar wiederholt begangen haben. Schauen Sie, das Blut Jesu Christi, das für die Vergebung unserer Sünden ausgeschüttet wurde, das gilt auch für uns, wenn wir sündigen, wenn wir lügen, aber unsere Lügen dann bereuen. Christi Blut reinigt uns von aller Sünde, wie wir lesen. Doch wir müssen natürlich die Reinigung wollen. Wir müssen natürlich erkennen, dass wir Christi Reinigung benötigen. Das heißt, dass wir Lügen in unserem Leben haben, die es auszumerzen gilt. Dass wir diese Lüge bereuen, dass wir die Lüge ausmerzen, dass wir die Lüge abschaffen, dass wir uns bemühen, den Weg der Wahrheit zu gehen. Und das können wir natürlich nur mit der Kraft des Heiligen Geistes Gottes. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und das ist die Lüge des ewigen Gottes. Untertitelung des ZDF, 2020